Hier im Ruhrgebiet stehen wir vor großen Herausforderungen. Wir besitzen aber auch ein immenses Potenzial, das es zu stärken gilt. Bildung spielt hierbei eine Schlüsselrolle für die Zukunft unseres Ruhrgebietes. Wir setzen uns daher seit Jahren dafür ein, einen kooperativen und vor allen Dingen leistungsstarken Wissenschafts- und Bildungsraum Ruhr zu etablieren. Das können wir allerdings nur gemeinsam mit starken Partnern tun. Und deswegen hat die Stiftung Mercator gemeinsam mit dem Land NRW, den Kommunen und den Hochschulen 2013 die Bildungsinitiative Ruhrfurtur ins Leben gerufen. Seitdem arbeiten dort alle Partner gemeinsam an Bildungszugängen, Bildungsteilhabe und den Bedingungen für einen erfolgreichen Bildungsweg von allen Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Ruhrgebiet. Nun gilt es, das gemeinsam erfolgreich Gestartete zu verfestigen, weiterzuentwickeln und vor allen Dingen hier im Ruhrgebiet auch zu verankern, nachhaltig zu verankern. Deswegen fördert die Stiftung Mercator die Bildungsinitiative Ruhrfurtur für weitere fünf Jahre.